und war es mal wieder am Randalieren glaubt er hat Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder so Syndrom habe ich doch gesagt so wir sind jetzt wieder hier bei Harry Potter und wie schon vorher gesagt es wird von jetzt an blind also habt viel Spaß wir haben nicht keine Ahnung wo wir hin müssen nach Ende Nick zeigt uns das doch Ende Nick zeigt uns den Weg hm ich frage mich was es jetzt für Unterricht gibt für uns Hallo aha hier durch dürfen wir wieder was basteln ups in den Arsch wow was ist das schwierig nicht wo ist dann schlau мужчine ismus geschleun in den Arsch ha Hagrid! Jaaa! Hagrid! Schinken! Ah, der gute alte Hagrid. Ich hab jetzt gedacht, wir nur unterhosen! Ohhhhh! Ist das krass? Jetzt kann ich fangen sein! Geil! Boah! Boah! Gut gemacht Hagrid! Oh, hör auf zu heulen! Oh Gott, ist auch ne Pussy! Cool! Geil, ich muss das Einhorn suchen gestürmt! Ich hab gedacht, der wird von... wurde von dem Einhorn überrannt! Ich hätt's sehr begrüßt! Hm... Vielleicht kommt jetzt die Stelle, wo... Bum! Ja! Natürlich die Team-Einteilung! Drago! Ja, mit Messer und Gabel wahrscheinlich! Oh, nom nom nom! Schenken! Ja, signalisch! Oh, beim! WTF? Ich bin Fang! Oh, du Arsch! Bestimmte Charaktere können hier wohlwerken! Ramm-ramm-ramm-ramm-ramm-ramm-ramm-ramm-ramm-ramm-ramm schüler befreit wuff kann ich hier buddeln? wuff ich bin hier buddeln hab ich die Peitsche ne Weide gefunden? nein, ich hab... lass mich mal ich helf dir gut, dann bin ich weiterhin wuff wuff nein, ich bin Termine cool, ich hab Baumhaus gebaut äh was für ein Zauber hat den jetzt hier denn bitte, verpies dich nein nein äh, oh, ich hab's zerstört was machst du da hinten? Blumen kaputt ja klar, der Hund kann so hier das Ding hoch, ne ja, ich buddeln mal rum 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 hush boah diese Gnome da komm hier nicht mehr weg ach so gibt's hier noch was? ih ih voll geil ich renn jetzt als so'n feiger Hund rum mach mal hier alles frei push push oh, Hagrid, gib weg push Hau ab, Hagrid ich mach das Ding kaputt push ey nein ey, hörst du auf? ich hab ne ich hab ne Armbrust push oh nein was ist denn das? aha, lustig du scheißviech hörst du auf? verpiss du dich jetzt na, vielen Dank auch na, vielen Dank auch oh, falsch ey, lass mich mal zaubern oh, warum kommen da jetzt diese Viecher nicht hoch? oh, alter fuck you in your... fucking, what weiß ich hey, hörst du zu verzaubern oh, ich verzaubere dich nein ich glaub wir müssen hier um das Ding kaputt machen ja, ich glaub jetzt kommen da keine Viecher mehr raus oder ich hoffe es zumindest mal hm Go Fang! wow, wow ich hab was freigegebullet den kompletten Gang wuff, wuff, wuff wuff oh, Fang ist gefallen ha ha oh ach, hier geht's noch weiter uuff NEEEIN! 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 eh oh mein Gott NEEEIN! geh kaputt push ähm ähm verpies dich entschön kaputt! und du hier auch geh kaputt wo ist das Nest? da oben ist das Nest so oh ich halte dir die Viecher hier vom Leid soweit es geht ih TING alles zerlegen was geht warte ich kann hier noch was au! ich hab was zerlegt das ist hier auch wie Brennnesseln hier neben voll geil voll geil hm ich hab was ausgegraben wuff 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 oh, fake you hey wuff ich hasse Hunde wuff 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 verzieh dich wuff 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 oh, verpiss dich du dummer Hund oh, scheiße äh, hallo, Moritz haben wir noch nicht und du hast deine zauberhafte Treppe gebastelt ok kommt keinen Sack hoch ehh ich bin geblendet von deiner Schönheit ja, von den Worten uh NEIN kann die schwimmen? häh? ah, warte haha, ich mach's mir jetzt einfach ja ahaha huhu oh, scheiße hahaha, kommt trotzdem doch mach das Ding kaputt ver-ver-ver-verstirb weil ich so so, hier oben das Nest mal sterben lassen mit ganz vielen Männchen ähm ein Irrewicht ist da drin also warum kann die nicht werden warum kann die nicht stimmen warum kommt sie nicht mehr auf weil du weil du blöd bist ich hab was zu bedeln aber wartet zum Pudeln hier kommt der Pudel Pudel ja, haja, haja, haja , haja, wuff, 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 wuff Wurf hey hoff die Ostspunkten oh Hagrid verpiss dich Walter Zauber du dumme du dumme Tocke ich will das machen ah warte, hier noch was zum Buddeln Buddel 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 hallo, hallo, was wow, ich hab ne Kiste gefunden wow, ich hab was für Hagrid zum Ziehen so du sollst das hier jetzt nehmen und ziehen richtig ey, ich war noch am Sammeln ja ja, ich hab da nur den Weg schon mal frei gemacht und Harry da oben ist grad voll am sterben und hat voll die Angst voll der Pisser geil, Gryffindor wooo, wir haben ein Gryffindor Wappen endlich mal endlich mal und immer nur Slytherin 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 Slytherin? Slytherin kennt keine Möhren Slytherin Slytherin o man kommt endlich die kutle Stelle ich will jetzt Slytherin 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 Wir sind hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen. Jetzt warte mal, ich komm nicht mehr nah. Okay, ich warte, wuff. Wuff, 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 wuff. Da drüber. Genau. Genau, wuff. Wuff. Entweder wir haben die Schulstunde verpasst, oder wir müssen noch mal hierhin. Ja, wegen Moritz und so. Äh, nee, aber der, wow, wow. Der Weg hat doch direkt hierhin geführt, also, endlich. Ich glaube, wir müssen später noch mal hierhin. Weil Ron doch sein Radiergummi verloren hat. Das ist ja dumm ein Nuss. Puff. Puff. Puff, puff. Puff, puff. Oh nein, mach mich nicht mehr. Warte, ich mach die kaputt. Ich mach die kaputt. Putschie. Lass mich nicht kaputt machen. Doch. Doch, die gehen kaputt. Ich bin nicht da hoch. Äh, Hagrid, kannst du uns irgendwie da hoch tragen? Oh, warte, falsch, falsch. Ich hab jetzt den Dildo von Hagrid. Baust du jetzt, oder ich? Ich halte, boh, schade. Oh, nice. Wuff. Wuff. Ich bin da hoch. Äh. Wuff. Ich geh mit Hermine. Warum? Ah. Okay. Hey, warum? Ich muss es gedrückt lassen. Gott, ey. Oh, ich lasse noch mal gedrückt. Nee, muss man jetzt nicht mehr. Ich hab das eben nur noch nicht fertig. Ich will die Pflanze kaputt machen. Ups. Haha, ich bin wieder oben. Oh. Oh. Ja, dann mach die Pflanze kaputt. Ja, lass schon. Ja, dann soll ich mit einem anderen Charakter noch hochgehen, damit du die Viertelstern wechseln kannst. Oh, Ron, du kannst nix. Ich spiel jetzt Chips. Oh, Herr, ich bin wieder auf dem Weg. Ne, mir ist kein. Oh, Herr, geht mehr auf dem Weg. Ganz langsam. Ganz langsam und... haa springen in die arme Baby nein danke stehen Brennnessel drin Laufschlampe oh mein Gott das ist Harry o das ist so spannend muss man die Koppen an die Kopfbocken ahaha die Armada kommt an die Armada kommt an Baha Nürnberg Rettkirchen die Wollung wie gut und ich weiß es nicht wie viel Zeit wir noch haben Rettkirchen Rettkirchen dieser mit ein Schiff geben Morgens Morgens Nam es beim Montag bevor du riecht ist Morgenschen können die Schöne gefahren Leder ja wir wissen dass sie haben und ein Glatz bekommen und wir haben jetzt 20 21 Boah sind wir gut und ich glaube wir machen mal besser hier eine kleine Aufnahmepause weil ich weiß wirklich nicht wie lange wir jetzt schon am aufnehmen sind tschüss ja und tschaujen